So Leute, Papa Buridinsky ist hier, wir starten. Ich bin Kunlao, ich spiele gegen Cetrion und ich muss echt sagen, ich hasse diesen Charakter, weil es ist immer nur Zoning, Zoning und Zoning, die ganze Zeit. Mein Gamepad funktioniert auch nie so ordentlich, ich weiß nicht was da los, aber hier haben wir schon ein Crushing Blow. Oh, ja, 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 seht ihr, ne, die ganze Zeit, ich bin auf echt weiten Flächen von ihr und noch einmal, yeah, erste Runde gewonnen. Ja, ich hasse diesen Charakter, weil es ist immer wieder dasselbe. Ihr seht, immer wieder das gleiche, das, ja, gleich, gleich. Ein Combo greifen, Combo greifen. Ja, ich hörte hier auch ein paar Fehler, oh Gott, ne. Scheiße, ich hab so viele Fehler gemacht. Ich dachte, die wird wieder, ja, greifen, ja. Gegenangriff. Ah, das ist mein Fehler. Hier werde ich schon nicht mehr rauskommen. Aber gut, macht nichts. Zweite Runde. Okay, Burdinsky, come on. Greifen, jetzt in die Ecke schmeißen. Uh, Crushing Blow, alter Schede. Und noch eins, und come on, jetzt Combo. Haha. Woo. Das gefällt mir. Ja, 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 jetzt nicht so abgehen, ne. Ich weiß nicht, warum, aber ich kann nicht gegen Zetron spielen. Das ist einfach so ein Charakter, da spiele ich nicht so oft gegen und deswegen kenne ich auch die ganze Angriffe hier auch nicht. Oh, das war ein Fehler. Äh. Aber noch ein bisschen. Jo. 10,29 Leben. Und tatsächlich noch geschafft. Puh. Letzte Sekunde. Och, das war aber heftig. Das war echt heftig. Okay, zweite Runde, Bros. Wir starten mit Crushing Blow. Äh. Und natürlich skippen einmal. Haha. Das ganze Combo. Und nochmal. Was soll das denn? Ey. Oh, das war schön. Nochmal Crushing Blow. Come on, come on. Ah. Das war schlau. Fast Flow is Victory, aber... Leider nicht geschafft. Macht nichts. Ich werde einfach so nervig rumspringen. Mal gucken, was sie so macht. Das war ein Fehler. Oh, Mann. Was ist das denn? Ich verstehe nicht. Entweder ist das heute etwas mit dem Steam oder so. Oder etwas mit meinem Gamepad. Weil ich so viele... So viele Combo's einfach nicht schaffe. Oh. Das war heftig. Oh. Das hat sich sogar überlebt noch. Jetzt will ich einmal Brutality mit 2, 1. Aber irgendwie... Oh. Oh, oh, oh. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, Bros. Ich will immer noch dieses Brutality ausprobieren. Ja, okay. Wir gehen ein bisschen anders. Ich werde einfach Hut werfen. Vielleicht hilft das. Oh. Oh. Dieser Moment. Dieser Moment. Habt ihr das gesehen? Noch eine Sekunde würde ich tot sein. Aber 2, 0. Alle Sterne voller Feuer. Geil.